Ein bloßes, halbheimliches Netzwerk, Friedrich Merz. Nun, Friedrich Merz hat zwar eine Pause in der aktiven Politik erklärt, aber er war ja nie weg. Also wir müssen mal davon abgehen, von der Position oder von der Analyse, dass nur der, der Bundestagsabgeordnete politisch tätig ist, eine Pause von dem anbegriffen. Friedrich Merz ist in Kommission drin, der ist noch ein Parteitagsdelegierter und war im Prinzip immer auch präsent. Oh, lecker. Alles gut? So, morgen gibt es eine Presse-Mitteilung. Es gibt im Süden eine Initiative für Friedrich Merz. Okay. Na, guck weiter, Fernseh. Sie treten offen.